Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Das hier ist ein bisschen seriös, seriös, ach egal, ein bisschen ein anderes Video, weil ich war auf der Moosewiese, hab euch ein bisschen mitgenommen mit meinem Gimbal. Nico war auch dabei, Noah war auch dabei vom Perf doll preference, Schöderzeitung und YouTube Kanal. Kennt ihr vielleicht, kennt ihr wahrscheinlich durch den YouTube Kanal eher als durch die Zeitung. die zwei waren dabei, das Video sollte eigentlich nur auf dem Zweitkanal kommen ich habe jetzt überlegt, dass es doch auf dem Hauptkanal und auf dem Zweitkanal kommt ja ich bin gerade am Aufnehmen für die Zwischenaufnahmen zwischen den Dingern und muss halt da noch drunter labern, weil der Ton einfach zu laut war er war einfach zu laut tschüss also rein ins Video vor dem ganzen Elektrosaft, ich nenne es immer Elektrosaft, das ist halt lohnt euch ja, das ist sehr gut, ein Schaft, die benutzt sich WP und ja, es lohnt sich auf jeden Fall für mich jetzt nicht, weil ich habe noch kein eigenes Haus aber ich glaube, das können wir auf jeden Fall weiterempfehlen ich finde es auch gut, dass das fixinale Mikrofon funktioniert damit ihr uns gut hört also, im Namen der Presse voll danke, ich bin herzlich der Beitrag geht noch ein bisschen weiter aber ansonsten, wir sehen uns ich muss das Wort Presse erwähnen, weil das eine Mann gerade so geschaut hat und weiter geht's mit dem Getrobel ja, also wir haben jetzt die verschiedenen Altersketter und wir hoffen, es passt besuchen Sie es auch gerne wir haben hier die größten Möglichkeiten und ich schalte jetzt weiter zu meinem Kollegen Luca bitte Luca hat's dann doch nicht ins Video geschafft vielleicht beim nächsten Mal auf jeden Fall sind wir dann noch weiter gelaufen haben diese Tausch-Challenge gemacht vielleicht kennt ihr die so hochtauschen manche machen das ja bis zum Tesla wir haben uns eher runtergetauscht schaut einfach hin dann haben wir noch ein paar coole Shots ausprobiert ach ja, und ich hab's noch fast vergessen da will ja wen noch jemand grüßen ich grüße meine Mutter, mein Vater, Frank und Andrea ich bin jetzt auf der Hueswiese ich grüße meine Schwester ich mach das wie heißt deine Schwester? wie heißt deine Schwester? okay Madeleine, gut und nun möchte euch Nico noch Tschüss sagen logisch, logisch, logisch es war jetzt so wie so ein Test-Blog kann ich sagen, oder? ja ja, kann man so sagen wie so ein Test-Blog wie deine 3000 IAL-Tests ja und äh Frankreich, also Deutschland, Alemannia, Wadoa wird auf jeden Fall klappen ich werde euer Moderator sein denn Lukas ist in Sachen Technik und Kameraführung definitiv mehr begabt als ich deshalb also hoffe ich zu nennen aber von dem was ich bisher alles gesehen habe auf jeden Fall okay und von daher sehen wir uns in hoffentlich gleich ein paar Monate oder vielleicht sogar ein bisschen früher auf Lukas' Kanal nicht auf dem Festreise Kanal also bis dahin Tschüss und vielen Dank an Lukas für die exzellente Kammerarbeit kriege ich jetzt meine 50 Euro kriegst du es danke und von mir auch jetzt ein Tschüss lasst ein Like da lasst ein Abo da und nun Outro